Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es heißt Wortgleichungen erstellen. Du kennst bereits Stoffe, Elemente, Verbindungen, die Verbrennung und die Oxidation. Nachher kannst du Wortgleichungen für einfache Oxidationsreaktionen erstellen. Der Film besteht aus vier Abschnitten. 1. Oxidation 2. Einfache Beispiele 3. Metalloxide 4. Nichtmetalloxide 1. Oxidation 4. Unter einer Oxidation wollen wir eine Verbrennung verstehen. Und das bedeutet eine Reaktion mit Sauerstoff. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. 5. Versteigungsreaktion 4. Versteigungsreaktion